Seht euch das an! Dieser Fisch ist über drei Meter lang und wahrscheinlich bis zu 270 Kilo schwer. Der Kanadier Yves Besson kann sein Glück kaum fassen. Ein so großer Riesenstör hat bei ihm noch nie angebissen. Der erfahrene Angler und Störexperte bezeichnet den Monsterfisch als lebenden Dinosaurier. Das Alter schätzt er auf etwa 70 bis 100 Jahre. Seinen Rekordfang auf dem Fraser River in British Columbia dokumentiert der Kanadier in sozialen Netzwerken. Das Video vom Megafisch wurde dort schon fast 40 Millionen Mal geklickt. Es sei einer der größten Störe, die er jemals gesehen habe, schreibt Besson. Das Fleisch des weißen Störes gilt als Delikatesse. Auch wegen seines schwarzen Kaviers wurde er fast ausgerottet. In Kanada ist er deshalb auf der Liste der gefährdeten Arten. Nachdem Besson das Tier markiert hat, entlässt er den drei Meter langen und knapp 270 Kilo schweren Monsterstör wieder in die Freiheit.